Deutschlandfunk Kultur Religionen Bis Ende des Jahres 2018 hat die Bundesregierung Zeit, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Neben männlich und weiblich soll dann ein drittes Geschlecht in Geburtsregistern stehen. Das könnte dann inter- oder divers heißen. Es ist super, dass jetzt intersexuelle Menschen sich einfach als intersexuell eintragen dürfen. Identität ist was anderes. Ich weiß nicht, ob dieses Gesetz wirklich eine Veränderung für transsexuelle Menschen oder transident Menschen bringen wird, aber es ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Shai Hernandez stammt aus Spanien, ist Transmann und Buddhist. Er wurde in einem Frauenkörper geboren. Seine Identität sei aber die eines Mannes. Also ich habe mich immer als Jünger gefühlt, immer als Mann gefühlt. Aber von draußen wurde immer gesagt, nein, du bist ein Mädchen, du bist eine Frau. Das kommt in einen Konflikt. Das, was draus kommt, ist viel Zorn und Frustration und Dinge, die im Buddhismus als unheilsam gesehen werden. Also der Buddhismus steht dafür, dass ein Mensch aufgrund seiner eigenen Wahrnehmung sagt, welches Geschlecht er hat. Sagt der ehemalige Theravada-Mönch Ginavaro Raimund Hopf aus Hamburg. Im Buddhismus gibt es zwei Orden, einen für Männer und einen für Frauen. Allerdings bestimme jede Person selbst, zu welchem Geschlecht sie gehört, erklärt Hopf. So werde bei der Ordination im Kloster gefragt, ob man Frau oder Mann sei oder gar ein mythisches Wesen. Aus buddhistischer Sicht muss man die Dinge so sehen, wie sie sind. Also das ist das Ideal, das ist das, was relevant ist für uns im Westen. Dass der Buddhismus lehrt, dass Verbesserung oder Glück im Leben nur zu erreichen ist, wenn die Dinge so akzeptiert werden, wie sie wirklich sind. Das heißt, wenn jemand sich so empfindet oder erlebt oder zum Beispiel ein uneindeutiges Geschlecht hat, dann ist das eine Realität. Eine erlebte Realität, die muss akzeptiert werden und in die Gesellschaft integriert werden. Und das gelingt tatsächlich in asiatischen Ländern, die buddhistisch geprägt sind, etwas besser als hier. Es kann allerdings durchaus passieren, dass die Mitglieder des Ordens Bedenken anmelden, dass eine weniger eindeutige Geschlechtlichkeit die zölibatär lebende Gemeinschaft verwirren könnte. Und einen dritten Orden für uneindeutige Geschlechter gibt es nicht. Dabei hatten Angehörige eines dritten Geschlechts in der Geschichte einiger Länder eine fest zugewiesene Rolle. In Indien kamen Männern in Frauenkleidern eine Zeit lang am Hof der Mogulen die Aufgabe der Haremswächter zu. Das ist lange vorbei, aber in Indien sind diese sogenannten Hijras seit 2014 als drittes geschlechtamtlich anerkannt. Sie haben soziale Gemeinschaften gebildet, ebenso wie die Kathoes oder Ladyboys in Thailand, berichtet Hopf, der in Indien studiert hat und in Thailand Mönch war. Da gibt es unterschiedliche, solche, die sich eher als Transgender eher oder sie empfinden und solche, die tatsächlich mit zwei oder ohne oder unklarem Geschlechtsteil geboren wurden. Aber die sich als Kinder schon anders empfinden als von der Gesellschaft gekennzeichnet. Und damit ist die asiatische Gesellschaft im Grunde einen Schritt weiter als wir, weil wir unterdrücken das und sagen, der Arzt sagt, du bist dies oder das und damit muss man leben, ob man das kann oder nicht. Eine weitere Kategorie in der Geschlechterzuordnung hat die tibetisch-buddhistische Nonne Carola Roloff im Studium der Ordensregeln, dem sogenannten Wiener Jahr, ausgemacht. Nach Aussagen der Wissenschaftlerin von der Universität Hamburg kennt die buddhistische Überlieferung sogar vier Geschlechter. Männlich, weiblich, intersexuell, also Menschen, die Merkmale beider Geschlechter aufweisen und asexuell. Dort fehlen Geschlechtsmerkmale völlig oder sind nicht zu identifizieren. In den Theravada-Klöstern in Thailand werden zum Beispiel die sogenannten Ladyboys als Mönche bislang toleriert. Und das sind eben Mönche, die sich haben umoperieren lassen. Das waren Frauen, die haben sich umoperieren lassen zu Männern und sind dann Mönche geworden. Die größere Toleranz gegenüber anderen Geschlechterkonzepten lässt sich vielleicht auch damit erklären, dass buddhistische Schulen den Geschlechtern keine Aufgabe in einem göttlichen Plan zugewiesen haben. Der Buddha habe schließlich nicht gesagt, geht hin und mehret euch, wie es im christlichen Schöpfungsmythos heißt. Roloff betont stattdessen lösungsorientierte Ansätze aus der buddhistischen Überlieferung. Dann ist man zum Buddha gegangen und hat gesagt, huch, jetzt ist plötzlich jemand vom anderen Geschlecht hier bei uns im Orden, der hat sein Geschlecht gewandelt und ist jetzt plötzlich zu einer Frau geworden. Was machen wir denn jetzt mit dieser Person? Und dann sagt der Buddha, ja, der muss dann rüber in einen Nonnenorden. Das ist dann jetzt halt kein Mönch mehr, das ist jetzt eben eine Nonne. Und dann fragen sie, ja, muss er dann nochmal neu ordiniert werden als Nonne? Und dann sagt der Buddha, nö, nö, die Ordination ist gültig. Das ist ja nur das Geschlecht, was sich geändert hat. Die Diskussion über geschlechtliche Identität gewinnt auch in Asien erst langsam an Fahrt. Toleriert wurden andere Geschlechter hingegen schon länger. Während man in Europa noch am Anfang steht, was den Umgang mit augenscheinlich anderen Geschlechtern angeht. Wenn in Deutschland bis Ende 2018 Menschen mit beiden Geschlechtsmerkmalen, intersexuelle, sogenannte Hermaphroditen, das auch in das amtliche Personenregister in die Geburtsurkunde oder den Pass eintragen lassen können, ist das ein Fortschritt. Transsexuelle Menschen, die ein anderes Geschlecht empfinden, als ihnen ihr biologischer Körper vorgibt, ist damit nicht geholfen. Sie müssen sich weiterhin als männlich oder weiblich einstufen lassen. Deutschland wäre aber das erste europäische Land, das ein drittes Geschlecht amtlich beglaubigt. In Neuseeland, Australien, Nepal und sogar Pakistan ist das dritte Geschlecht schon länger gesetzlich verbrieft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017